Willkommen in mein Büro. Das sind meine Top 3 Dinge, die ich jeden Tag brauche. Nummer 3. Der Halspranger. Ein so einfaches Instrument, aber zwei, drei Nächte in der dunklen, feuchten Folterkammer. Man wird gesprächig. Nummer 2. Die Schandgeige. Vor allen Dingen in der Öffentlichkeit ein wunderbares Instrument, um jedem die Ehre zu nehmen. Und meine absolute Nummer 1. Mein Haken. Ein wunderbares Allzweckmittel für alle schweren Fälle. Ob zum Aufziehen oder zum Strecken, der Haken hilft.